Hallo, mein Name ist Betülhanisch. Heute geht es um Social Distancing und ich glaube, es geht Ihnen da genau wie mir. Ich kann das Wort nicht mehr hören. Social Distancing. Und mittlerweile, obwohl die Restriktionen viel lockerer sind als zu Beginn, habe ich den Eindruck, dass dieses Wort Social Distancing sich so in unser Hirn eingebrannt hat, dass alle um mich herum das Weiterleben, diese Kühle über ihre Mimik, über ihre Distanz. Warum soziale Distanz? Sollte es nicht besser heißen, Physical Distancing? Das Social Distancing sollten wir auf die Seite tun, es auf unserer Festplatte löschen, uns neu programmieren. Neu heißt es hoffentlich für uns alle, Physical Distancing zum Schutz aller. Und als hätte Albert Schweitzer heute alles schon miterlebt, hat er uns ein Zitat hinterlassen. Viel Kälte ist unter uns Menschen, weil wir es nicht wagen, uns so herzlich zu geben, wie wir sind. Leben wir es vor, Physical Distancing mit einer Herzlichkeit über einer physischen Herzlichkeit die Distanz zu wahren. Darum geht es doch und um nichts anderes. Leben Sie das mit, bleiben Sie herzlich, bleiben Sie wertschätzend. Vielen Dank, Ihre Betil Hanisch.